Hallo Leute, hier ist wieder euer Garthold. Willkommen zurück zu Let's Play The Stanley Parable. Ja, wir stehen hier immer noch bei diesen horrenden Preisen fürs Runterspringen. Gut, wir haben hier auf jeden Fall zwei Möglichkeiten. Einmal, denke ich, das hier wird der leichteste Weg sein und einmal einfach uns rüberfahren lassen. Okay! Gut, das heißt, gut, your menu, load game. Das war schon mal ein Ende. Ich werde hier jetzt keinen Cut setzen. Das wäre ein bisschen lame, denke ich. Gut, das ist wieder gut. Schau, Stanley, ich denke, dass wir vielleicht auf den falschen Weg sind hier. Ich bin nicht deinem Wunsch, wirklich, ich bin nicht. Ich weiß, dass investieren in deine信 in jemanden kann sehr schwierig sein, aber das ist, dass die Geschichte nichts über dich, aber du, all diese Zeit. Das ist jemand, den du hast, Stanley. Das ist jemand, den du vergessen hast. Bitte, stopt, dass du alle Entscheidungen selbst machen. Jetzt, ich bin nicht für mich, ich bin für sie. Für sie? Oh. Stanley scheint wohl eine Frau zu haben. Das ist es, Stanley. Deine Chance, dich zu retten, dich zu retten. Deine Arbeit zu lassen. Deine Arbeit zu lassen. Deine Arbeit zu lassen. Sie hat wartet. Das ist das erste Mal, dass er von redet. Das ist sie, Stanley. Du musst dich das machen, um zu erinnern, um zu erinnern. Wenn du wirklich deine Hoffnung in eine andere in einem, dann holst du den Telefon an. Du kannst stecken auf ihn. Wie zwei, ich hoffe nicht. Wie zwei, sieben. Ich muss mich bewegen. Okay, da geht's. Okay, da geht's. All right, now, I want you to come in and tell me all about you. Get your day out, boy. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? Who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Good morning, play 4, 2, 3, press 9 on your keyboard. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him. And every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Now I'm going to press the X. ich habe eine schöne frau finde ich also ich finde ich schön sie ist ein bisschen unförmig und hier sind so ein paar beschissene polygone und ein bisschen hart ist sie vielleicht auch so für die nacht aber vielleicht ein paar haare hätten sie daran setzen können aber man will hier nicht meckern man nimmt was man kriegen kann also ja und wir haben eine mikrowelle und einen kühlschrank ist ein schöner raum in his mind he can go on fantastic adventures from behind his desk stanley dreamed of wild expeditions into the unknown fantastic discoveries of new lands it was wonderful and each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him please press L to watch TV nein gut E drücken ich will weiter na gut und so he began to fantasize about his own job first he imagined that one day while at work he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers his boss everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth the thought excited him terribly spend time with the boys so he went further he imagined that he came to two open doors and that he could go through either at last choice it barely even mattered what lay behind each door the mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold hmm as it wandered through this fantasy world he began to fill it with many possible paths and destinations down one pathway an enormous round room with monitors and mind controls and down another was a a yellow line that weaved in many directions down another was a game with a baby and he called it the stanley parable baby that's hat mir noch nicht it was such a wonderful fantasy and so in his head he red lived it again and then again and again over and over wishing beyond hope that it would never end that he might always feel this free surely there's an answer down some new path mustn't there be perhaps if he played just one more time oh my shot there is no answer how could there possibly be in reality all he's doing is pushing the same buttons he he always has nothing has changed the longer he spends here the more invested he gets the more he forgets which life is the real one and i'm trying to tell him this that in this world he can never be anything but an observer that as long as he remains here he's slowly killing himself but he won't listen to me he won't stop here watch this stanley the next time the screen asks you to push a button do not do it this is now my game the clock is still not the clock is still 4 o'clock the clock is still 4 o'clock i think the clock is already done Feierabend. Und dann muss echt die arme Sau bis 6 arbeiten. Das ist ne arme Sau. Ganz ehrlich. Aber dass mein Baby jetzt hatten wir noch nicht. Ja, ich drücke diesen Button nicht. In der Hoffnung, dass was passiert. Weil er hat ja gesagt, ich soll ihn nicht drücken. Aber er hat auch gemeint, ich soll nicht auf das hören, was mir das Spiel sagt. Insofern höre ich auf ihn nicht, indem ich auf ihn höre. Indem ich diesen Button jetzt nicht drücke. Ja, das ist umgekehrte Psychologie. Der da ist schuld. Das ist ein Bett. Wir warten übrigens schon zwei Minuten, glaube ich. Nichts? Ihr werdet wahrscheinlich vorgespult haben, deshalb... Ich werde jetzt diesen Button drücken. Einfach nur so. Kamera. To question nothing. Na gut. Wir sind nicht so unterschiedlich, ich denke. Ich versuche noch einmal, um das alles zu ihm zu erzählen. Ich bin zu empfehlen. Ich muss. Vielleicht, 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 vielleicht... Und ich versuchte es wieder. Und Stanley, Please die! Und ich versuchte es wieder. Und Stanley, hat einen Button drücken. Und ich versuchte... Ich bin jetzt tot. Der Ende ist nie der Ende. Wir müssen kurz gucken. Er gibt nicht den Text. Das heißt, das hier ist ein anderer Plot, als wir ihn normalerweise haben. Den gucken wir uns aber gleich an. Äh, ich würde sagen, mein Name ist Gotthog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin und ciao, ciao! Ich rede sehr schnell. Bis dahin und ciao!